Geht's hin? Auge auf den Ball! Auge auf den Ball! Yo! Johnny ist so schlecht, Alter! Bro, steigert nicht so! Hä? Du hast den Ball locker ab, Bro! Ey, ey, ich brauch Hilfe hier! Wieso? Was hat der Bruder jetzt vor? Hallo, Mama! Warum ruft er seine Mutter an? Ähm, sobald ich hier stehe, ich kauf nie wieder Schuhe mit dir! Ich sag's hier von meinen Freunden! Wir hassen dich, Bro! Ich kaufe nie wieder Schuhe mit dir, okay? Ich ruf mich nie wieder an! Bye! Wie kann man so mit seiner Mutter reden, Alter? Ich hab gar keine Ahnung! Mal schauen, was er jetzt für eine Ausrede findet! Er labert dir wieder! Bro! Hör aus zu atmen, Mann! Yo! Johnny, sag mal leise, Mann! Übertreibst! Gib mal zu, dass du einen Fehler gemacht hast! Bro! Es reicht! Du hast fünf Sekunden Zeit, um wegzulaufen, bevor ich dich dumm und dämisch schlage! Überlass das mir, James! Mama? Aha, jetzt bin ich wieder deine Mutter, oder was? Yeah, mit Johnny! Schlagen Sie ihn! Keine Sorge! Schlag ihn! Schlag ihn! Schlag ihn! لم